Das triggelt wie ne Panda Mhm Feinde landen im Einsatzgebiet Was ist denn für die Munition? Geh' mal da rüber Dann gehen wir mal Ein Typ, ein Typ dort, ein Typ Dann gehen wir mal Oh mein Ah scheiße Dein Truppmitglied ist wieder in Position, gute Arbeit Oli, ich komm wieder Na sowohl mit Ah der kommt, der läuft hier am Läuftig Welche Seite? Hier kommt noch einer Mein Freund der Bagger Feind setzt deine Konterdrohne ein Das war deine Panzerung Ach das ist geil Nachladen, das ist mega Nachladen ist so ne geile Erfindung, Digga Auf den Himmel Junge was versuchst du Ich find's schön, dass es den jetzt Wie viele Minuten haben die jetzt gebraucht? Für einen? Für mich? Mann, es geht mir wirklich auf den Sack Dass die Leute mich immer in so Dummen Situationen nur bekommen Der kommt rüber zu dir Oh ne du bist ja So, ich bin ready, ich komm gleich zurück Mann, 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 ey Das ist wirklich nervig Das ist, du hast gar nichts Irgendwie geben dir aber alles Ja, natürlich Wollen wir mal rüber Willst du mit dem Lowlord da rüber? Ja klar, Digga Wurde ich gar nicht Das war echt zu verlieren Aber es ist wie so der Sonntag, ne? Obwohl, nee, Sonntag war schlimmer Da haben die richtig geschwitzt Hier ist es einfach nur unverdient Weil wir kein Mate haben Oder zumindest kein Mit IQ Erstens kein Mate Und zweitens kein gutes Lowlord Obwohl, wenigstens Das sollte uns das spielen können Bin ich zumindest der Meinung Weil das so lame ist Ja, ist eine Auslundslieferung Ich geh da runter Ich geh da runter Ähm Weil das so lame ist Nichts zu bekommen Obwohl du schon nur zu zweit bist Du willst ja Es ist ja nicht so Okay Bei Leuten, die das gerne spielen Und dass du da Kein Thema haben So 3 gegen 2 Dass das Für die Für manche kein Problem ist Seh ich ja ein Ist ja alles cool Dass du das dann ausstellen kannst Ja, aber die sind ja dann 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 Ist der besten Weil wenn wir auch sagen Wir haben auch einen Der ein bisschen besser ist als wir Hat er trotzdem seine schwule Elo Sein ähm Skill-based Matchmaking Wo er dann trotzdem noch krasser Kriegt Du musst ja schon so hart schwitzen Wie es nur geht Sonst bringt das nicht nichts Es geht mir aber Es geht mir ja nicht darum Dass ich das nicht gerne Dass das wenn wir Dass das cool ist Wenn du wirklich das machen willst Dass du das ausstellen kannst Dann bin ich aber der Meinung Wenn du es nicht spielen willst Du bist schon gezwungen Bist schon 3er zu spielen Dann sollten sie dir wenigstens Ein 3er geben Hm Mir fliegt euch was rum Ja hab ich gehört Irgendwie kackt rum Dann solltest du wenigstens 3er bekommen Und nicht hier zu zweit rein starten Obwohl du das anders Das 3er spielt So Da hinten Wo ist das? Da war einer Da Oh das sind zwei Will ich mich jetzt outrunnen Oder was machen wir jetzt? Genau wenn ich auf den hinten achte Wäre ich von vorne abgeballert Von den Affen Das ist so dumm Konter Drohne online Sie sind blind Genau Der musste mal Aim haben Junge Mal Kämmer Den hatte ich ja Den wollte ich erst weg snipen Und dann wurde ich genau in dem Moment Von den unten abgeballert So weit Da unten Das ist ja kein Headlighter Den fick ich jetzt Ist mir egal Ist mir egal Unten Renn weg Auto markiert Natürlich erstmal Auto markieren Er rennt weg So viele Daten wie möglich extrahieren Die Zeit wird knapp Du hast nicht gesmockt, wa? Nein, die smocken gerade ja Die waren ein bisschen unten lang Bei uns Nein Oli, ich bin nicht bei dir Warte Wo? Hier unten irgendwo Was hast du? Ja, der eine Mate war noch irgendwo hier Hinten ist noch einer Am Berg Der andere Baum Ne Das hat sich nicht Da, da nennt einer Bei uns Hat auf jeden Fall Hits Hat auf jeden Fall Hits Gut Ist immer noch auf dem Dach Mein Gott, du triffst nicht Sie haben mich erwischt Wo mich puschen Kommst du mal zu mir kurz? So weit, ja Der hat von dem Ich muss wissen, wo was geht In der Richtung Castle Da Wo die Toro Wo die, oder noch einer hier Der da Geht jetzt in die Sicherheitszone Nein Internet, bitte Warte, warte, warte Ich markiere den Rest von Ihnen Oh Junge Das hat auf einmal übelst gelackt Alter Ah, da sind zwei noch Warte, 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 warte Warte, 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 warte Ich komm, ich komm Beide bei mir Wollen mich pushen Bei mir ist auch nur einer drin Ach nein, die haben mich beide Haben mich angeschossen Angeschossen Der kann nischt, der Typ aber Die können beide nischt, Alter Die haben mich noch angeschossen Das war doch Ach, die haben mich beide angeschossen Geh einfach weg da Der Feind näher sich Ich komm erst auf die Acht Sekunden Wieder Aufstellung beendet Keine zweiten Chancen mehr Mein Druck mit Glied Ist wieder in Position Warte, ich war nicht unbedingt egal Ich kann nicht mehr helfen jetzt grad Das ist Scheiße Ach man, weil halt auch Wird da Beide Seiten Die sind bei mir beide Da ist noch einer Da kommt noch einer Da würde ich nachladen können Der holt mich Das ist der scheiß Baum Viktor Oder wo 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 Der steht genau hier Du bist ein Schatz Flecken wir dich wieder zusammen Du bist so ein Schatz Ich schwöre ich küsse Alles Nein, nicht alles Aber Warum nicht? Ich muss mir mal kurz Mutti geben Das geht ja hier gar nicht Fett, ne? Ich muss mir mal kurz bleiben Auch Panzerung und so Noch ein Weg Geh mir nicht aufm Sack Wo? Nein, da einer in der Ecke Einer noch da in der Ecke Ach fuck Jetzt bin ich Zuschauer Ach du Mist Och man Ja, na klar Hier ist der letzte Ach du bist so ein Pfadze Sex game Ich guck dir zu Feindlicher Luftschlag bei eurer Position Ach nee Bitte nicht mich Ich kann mich nämlich nicht mehr holen Das ist ein Witz Was? Schade, hä? Warum? Ja wegen der Zone Die hat mich schon angehittet Ach scheisse alter So ein Dreck So ein Dreck Welcher Platz bin ich denn? Das war so ne gute Runde Sechs Wie viele Kills Wie viele Kills hab ich denn gemacht? Spannend Fünf Kills Och ey Ich bin anscheinend viermal wieder eingestiegen Ich bin anscheinend viermal wieder eingestiegen Ich bin anscheinend viermal wieder eingestiegen Super, geiles Spiel, einfach geil Das ist mega, oder? Das ist schon top, Alter, was der hier anzeigt, Alter Ja Alter, das war's Ich würde mich so gern wissen, ob das Auswirkungen auf die KD hat Nein Alter, war das eine Runde, ey Leider bist du halt schon gestorben Ja, ich hatte dann auf einmal einen Duo von Die ISO ist jetzt nicht schlecht, kann ich sagen Eine habe ich bekommen Den anderen konnte ich nicht mehr heuen Ich hatte mir keine Platten gegeben Eigentlich wäre das ein Easy Kill gewesen, weil der mich gar nicht gecheckt hat Aber der hat mich auch gebraucht, dass ich halt auch drin und ein paar Hits geben Dann war ich auch tot Ja, dann lag es auch schon Ach man